Herzlich willkommen zur täglichen Dosis Trash. Holt schon mal das Popcorn raus, es wird wieder trashig. Heute geht es um den Fall Luke Mockridge nochmal, um Ines Agnoli und ja auch die erste Kritikerin, die von Ines Agnoli Post bekommen hat und keine freundliche. Ja, es geht um Nina Kirsch, kennen einige von euch vielleicht schon, ich kenne sie auch persönlich, ist eine ganz liebe Frau, die auch ein Meinungsblogger-Channel hat und jetzt auch mit ihrer Community ein Video geteilt hat, dass sie Post von Ines Agnoli bekommen hat und das ist keine Postkarte vom Urlaub, nein, das ist ein Unterlassungsbegehren. Ja, und dort geht es natürlich dann auch um viel Geld und auch um die freie Meinungsäußerung, beziehungsweise eine gerechtfertigte Kritik. Ich habe die Videos von Nina Kirsch auch in der Vergangenheit häufig gesehen, ich finde sie immer sehr sachlich und sie arbeitet dort das Ganze auch sehr fair, finde ich, auf und da scheint einer Ines Agnoli nicht zu passen. Und Ines Agnoli und sie hatten schon in der Vergangenheit Probleme miteinander und es scheint irgendwie schon ziemlich heftig zu sein und da jetzt Nina Kirsch die erste ist, die abgemahnt wurde von den YouTube-Meinungsbloggern, dachte ich, könnte es ja auch mich irgendwann treffen, von daher sollte man jetzt auch offensiv vorgehen und darüber berichten und auch ein wenig darüber sprechen, was in diesem Video so gesagt wird. Also im Prinzip sagt Nina Kirsch in dem 14-minütigen Video, was ich euch unten auch nochmal verlinken werde, dass sie ein Unterlassungsbegehren von der Anwältin von Ines Agnoli bekommen hat. Und jetzt natürlich auch das Ganze berichten möchte und auch dagegen vorgehen will, beziehungsweise das so nicht unterschreiben wird. Und das hat dann natürlich zur Folge, dass das eventuell auch vor Gericht enden könnte und dann wäre das natürlich auch nochmal eine ganz interessante Geschichte. Ob das jetzt so clever von Ines Agnoli wäre, wage ich zu bezweifeln, aber es ist eine Einschüchterungsmethode gegen eine kleine YouTuberin, die alleinerziehende Mutter ist. Wo ich sage, unsportlich, wenn man auch immer sich für die Frauenrechte einsetzt, beziehungsweise auch immer sich gegenseitig supporten möchte, die starken Frauen, dann ist es doch schon so ein bisschen krass, dass jetzt auch gegen alleinerziehende Mütter, die einfach nur ihre Meinung gesagt haben im Video, vorgegangen wird. Und das dann auch gleich juristisch. Also nicht irgendwie mal gebeten wird bei Insta-DM, Mensch, das Video fand ich jetzt nicht so doll, kannst du es bitte offline nehmen, was ja vielleicht noch menschlich wäre. Nein, es geht gleich in so eine Richtung und dann weiß man halt auch Bescheid. Ich fand Ines Agnoli zuletzt und auch in den letzten Jahren auch eher kritisch. Ich fand auch teilweise die Podcasts unfassbar unter der Goethe-Linie. Ein Beispiel war auch, dass sie dort über die Körpergerüche eines Partners sprach, wo ich sagen muss, da werde ich wahrscheinlich sogar nochmal ein Video zu machen und auch nochmal darüber sprechen und das auf dem DaVinci-Kanal hochladen, weil ich das dermaßen unter der Goethe-Linie fand. Und wenn das jetzt ein Mann bei einer Frau gemacht hätte, ja, also ich weiß ihn nicht. Also das ist einfach irgendwie uncool, das ist irgendwie dermaßen unter der Goethe-Linie, wo ich sage, wow, dass sie auch sehr grenzüberschreitend war, nicht nur beim Thema Luke Mockridge und ihr das jetzt auch so ein bisschen um die Ohren fliegt, um es mal freundlich auszudrücken. Auch gegen sie wird jetzt übrigens ermittelt, muss man auch sagen, es ist das nächste Ding, dass man, was auch in dem Video vorkam, was ich gar nicht wusste, dass sie zum Beispiel auch eine Kündigung bekommen hat, aufgrund dessen, weil sie Jared Leto, einem bekannten Sänger und auch Oscar-Gewinner, belästigt hat im Radio. Und da muss man schon sagen, das hätte wahrscheinlich größere Bahn gezogen, hätte das einen Typ bei einer Frau gemacht, aber bei Frauen scheint das dann immer so ein bisschen unter dem Radar dann einfach am Rande mal in einem Interview Thema zu sein. Aber grundsätzlich habe ich jetzt nicht viel auch dazu gefunden, aber man findet Einträge dazu und ich zitiere hier mal aus der Gala, was da passiert ist. Ihnen ist an Jodi, was Jared Leto mit ihrer Kündigung zu tun hat. Sie sind beim Radio rausgeflogen, wird sie von der Gala gefragt und sagt sie ja. Ich habe on air Jared Leto, do you wanna lick my klito gesagt und lacht, also ultra lustig, denn das ist ja auch schon, also es wäre das gleiche, wenn ich jetzt sagen würde, ich arbeite jetzt im Radio und würde jetzt Madonna sagen, ja möchtest du mir einen lasen? Also nur mal so als, findet ihr das cool? Findet ihr das lustig? Findet ihr das too much? Ihr könnt es ja gar mal unten reinschreiben, also dass man darüber dann noch lacht, weiß ich jetzt auch nicht. Das war beim GQ Award in Berlin und ich war total aufgeregt, weil das meine erste offizielle Einladung war. Ob das jetzt als Grund zählen soll, könnt ihr da unten entscheiden. Ich würde sagen, also sorry, das ist eine erwachsene Frau, die auf die 40 zugeht. Da sollte man, selbst mit 18 fände ich das too much. Dann geht sie weiter und ich dachte, dass mich mein Radiosender für meinen etwas derberen und offenen Humor feiert und ich sowas einfach sagen kann, aber war leider nicht so. Und Jared Leto hat es auch nicht mitbekommen, Mist, lacht. Ja, also gut, dass er das nicht mitbekommen hat, aber dass das natürlich ein bisschen drüber ist, um es mal freundlich auszudrücken und über einen offenen Humor oder derberen Humor auch gilt, sollte auch klar sein, das ist eine ganz klare Belästigung meines Erachtens. Das ist jetzt meine Meinung. Ich würde es als Belästigung wahrnehmen, wenn eine Frau das bei mir ungefragt jetzt macht. Da kann man natürlich als Mann sagen, okay, kann man drüber stehen, ich würde jetzt auch nicht zum Anwalt rennen, aber es ist trotzdem so, dass ich sagen würde, oh, schon unangenehm. Vor allen Dingen, wenn das jetzt eine vom Radio ist und du bist Sänger, ob man sich jetzt darüber so freut, sei dahingestellt. Und ja, das ist auch Thema in diesem Video. Generell zeigt sie sich kämpferisch, also Nina Kirsch gegenüber Ines Anjoli und möchte das dann halt ja auch offen angehen. Und berichten halte ich auch für clever, das jetzt offen zu kommunizieren und auch ihr die Stirn zu bieten, weil es wäre ein krasses Eigentor, sich jetzt mit einer Meinungsbloggerin mit jetzt auch gar nicht so kleiner Reichweite, über 14.000 Abonnenten, die auch 10, 20, 30.000 Klicks dann ganz schnell mal macht und auch andere YouTuber darüber berichten. Wäre es sehr dämlich und ich denke, man sollte jetzt mit Nina Kirsch auch zusammen dagegen kämpfen. Vielleicht bin ich der Nächste und da würde ich mir auch wünschen, dass dann Nina Kirsch vielleicht mir auch hilft. Und ich biete ihr hiermit auch meine Reichweite noch zusätzlich an mit meinen Kanälen. Und ich denke, es ist wichtig, dass man dann, wenn jetzt Leute von uns abgemahnt werden, da auch zusammenhält. Denn es kann es jetzt so nicht sein, dass wir einfach kritisch auch Dinge mal anmerken, die da schiefgelaufen sind und einfach nur unsere Meinungen sagen und die auch belegen können mit Zitaten oder mit Dingen, die dort passiert sind und dann irgendwie böse Briefe bekommen. Das muss nicht sein und das kann es auch nicht sein und ich finde es auch nicht in Ordnung, dass man jetzt auch gerade eine alleinerziehende Mutter abmahnt oder auch bei mir jemand, der einfach hier nur seinen Job macht und seine Meinungen kundtut. Und wie gesagt, so oft gab es jetzt auch keine bösen Briefe bei mir, das gab es jetzt nur bei Samra in der Vergangenheit. Und ich denke, das sollte auch dabei bleiben. Ich mache ja, denke ich, die Arbeit ordentlich, genauso wie das auch Nina Kirsch macht. Und dann sollte man auch die Kritik dann einfach mal für sich wirken lassen und vielleicht in sich gehen und dann das in Zukunft besser machen. Mehr erwartet man doch gar nicht. Aber nun gut. Soll es das jetzt erstmal gewesen sein mit diesem kleinen Videopodcast und mit ein paar neuen Informationen rund um Ines Agnoli und der Sache mit Luke Mockridge. Mal sehen, wie weit die Bahnen jetzt ziehen. Auch Oliver Pocher hatte sich ja nochmal sehr kritisch gegenüber Ines Agnoli geäußert. Und das möchte ich auch nochmal anmerken, dass jeder auch diesen neuen Podcast startet, da auch Oliver Pocher nochmal einen kleinen Seitenhieb rausgehauen hat. Und das ist definitiv auch wichtig und richtig. Und das sollte man auch definitiv dann hier nochmal benennen. Das soll es denn für heutige gewesen sein. Lasst gerne ein kostenloses Abo da, wenn ihr die Videos mögt. Lasst auch gerne ein paar Likes da auf dem Video. Und ja, helft gerne mit bei der Aufklärung. Und dann schauen wir mal, wie es die nächsten Wochen und Monate weitergeht. Auch im Fall Luke Mockridge. Ich denke, das könnte doch nochmal spannend werden. Auch wenn Ines Agnoli dann, ja, eventuell dann doch noch sich vor Gericht äußern muss zu dem Ganzen. Und sich selbst verantworten muss aufgrund der letzten Jahre. Ich bin sehr gespannt, wie das weitergeht. Das soll es dann für heute gewesen sein. Bis dann und ciao, ciao.